Musik Wir sind hier am Weihnachtsmarkt, Adventmarkt in Oberrugel. Der ist alle sieben Mal im Advent, sieben Mal am Freitag und am Sonntag im Advent. Da sind Standen aufgebaut, da gibt es Holzschnitzereien, Köstlichkeiten wie Zirchkirchen, Apfelkirchen, Würsteln und Glühweinpunsch. Und es sind andere Standen da, wo es eigene Handwerkskünste gibt und Geschenke, Schmuck, Holzschnitzereien. Musik Wir als Feuerwehr machen den Weihnachtsmarkt, weil es ein guter Zusatzverdienst für unsere Kameradschaftskasse ist. Und weil wir natürlich gerne auch für die einheimische Bevölkerung da sind und den Ausschank übernehmen. Und daran kann es die Feuerwehr gut machen, weil sie die Leute dazu hat. Also ich finde für mich persönlich Advent. Advent ist eine besöhnliche Zeit, man sollte es ein bisschen ruhiger angehen lassen. Man sollte ein bisschen Zeit für die anderen Opfern, für die anderen da sein. Und ja, das ist da die Sorgen. Ist für mich persönlich so der Advent. Musik 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 Musik